Willkommen zu einer neuen Folge Empyreion hier bei YouTube und wir sind weiter gesprungen im Stream und wir sind jetzt hier auf Ferrax. Ja, das ist so ein Zufall, wie man sieht, denn eine beartembare Atmosphäre ist für PvP-Mäuser, interessiert mich nicht. Hier gibt es auch St. Keusum und Trometium, also was wir so brauchen. Ja, ein bisschen was selteneres Eisen haben wir, das andere müssten wir halt irgendwo anders uns zusammenkratzen, aber schauen wir mal. Ich werde jetzt mal ab gut Glück hier runter gehen. Waffensysteme sind vorsichtshalber mal aus, Schilde sind an, weil nicht, dass man, wenn man in ein Teilung im Gebiet kommt, dass wir uns da wieder Freunde machen. Im negativen Sinne gesehen natürlich und dort hinten, das sieht von Weiden ja schon mal wie ein guter Bauplatz aus für die Base aus der Reihe hier, die zum Schiff gehört. Ja, ich hoffe mal, dass es ein guter Bauplatz ist, das halbwegs eben ist und dass es ein neutrales Gebiet ist und vor allem, das will ich nicht sagen, hab ich vergessen, halt geeignet ist, sag ich mal so. Ich lasse ihn erst mal laden. Wo ist das eigentlich, oder mein Mann? Sieht gut wie. Ah, er ist dann durch alles zugebaut. Hier unten sieht es auch überhaupt auch nochmal so schlecht aus. Gehen wir mal gucken. Und das ist eine neutrale Zone, das passt doch, muss ich sagen. Hier ist auf jeden Fall Platz. Oh, wir haben Glück, saue ich euch, wir haben Glück. Ja, die Base, die werde ich allerdings jetzt mit dem Kreativmodus setzen, mit dem Adminbefehl, aus zeintechnischen Gründen. Und mal gucken, ob wir die gleich in der Folge mit vorstellen können. Also hier, das passt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und Bauplatz her und alles. Hoffe ich mal, dass wir genug Platz haben werden. Soll ich erst mal versuchen, hier so vorsichtig zu landen? Ja, ich steuere das mal aus. Ja, aber der Ordler ist gelandet, oder der Lootgeier, wie auch immer. So, Triebberge machen wir aus, die brauchen wir nicht mehr. Das sieht doch gut aus. Ja, leicht schräg, aber gut eingepackt. So, okay, gucken wir uns den Spaß mal an. Ich nehme jetzt hier die an. So, aber ich glaube, es ist schon vorher die abkürzend. Offensichtlich, um bloß zu blöd die zu finden. Ah nee, ist ein Schildgenerator. Wo bin ich hier? Hier ist ein Generator. Ich weiß es nicht mehr. Gut. Aber hier will ich nicht hin. Ich will raus. Ich nehme die abkürzend. Wir springen einmal hier hin. Einmal hier drauf. Und einmal hier runter. Und schon haben wir uns übernetzt. Ich habe dazugelernt, was wir jetzt auch noch machen können, weil ich das unbedingt mal gucken wollte, weil das hat ja noch einen Hauptausgang. Siehe da. Wir können normal aussteigen. Ja, das sieht doch prima aus hier. Schauen wir mal dazugelernt. Und da steht fast Kerzengräule. Das sieht doch gut aus. Ja, da gucken wir uns mal an. Jetzt habe ich natürlich keinen Motorrad dabei. Und ich muss mal... Ich glaube, da mache ich die Basevorstellung gleich. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ähm, da ist er. Das ist die Base zum gehörigen Schiff. Und das klappt. Gucken wir mal hier. Das ist relativ eben alles. Gucken wir uns das mal an. Die sieht ja schon mal genial aus. Da brauche ich allerdings noch mal das Itemmenü. So, okay. Da bauen das wohl noch relativ lange dauern. Gut, pumpen wir mal ein bisschen Säft hier rein. Das reicht bei weitem nicht. Dann holen wir uns mal... ...den Stack und einen Stack Sauerstoff. Das reicht auch nicht, okay. Das reicht auch nicht, okay. Dann haben wir noch zwei. Ich verbrauche viel Energie. Machen wir... ...dass da viel Zeug rein. Aber wollen dann gucken, ob sie schildern. Doch, bestimmt. Das ist dann habe ich schon zu viel. Das machen wir gleich mal als Zuhauses bohren. Schilder hat sie, okay. So, Base ist ja, weil wir sie gerade gesetzt haben. Und verändert haben wir einen schönen Hangar. Schauen wir mal auf die Werde. Ja, das ist die Grill. Ja, wie. So, wenn der Geber braucht Geld beim Schildschladen, okay. So, die Statistik. Sie ist da. Geht eigentlich schon dabei. Es ist halt 6 Stunden 28 Minuten, okay. Aber das habe ich natürlich jetzt... ...hätte ich jetzt nicht alles da gehabt. Also von den Ressourcen geht's. Muss man sagen, dort Schild. Ja, Leistung hat sie genug. Größenklasse 5 Base. Freistoßlevel 20. Minigun, Flak. Kanonen, ja. Da braucht man ganz schön ein bisschen was von Sauerstoff. Aber kriegst du zusammen. Ja, geht eigentlich, ne. Brachboxen, na gut. Könnte man auch weiter. Gewichtrein, die 5. Das ist Freist. Und die Base Gates. Ja, schauen wir uns das gute Stück mal weiter an. Hier haben wir wie gesagt den Hangar. Hangar finde ich immer persönlich wichtig. Mit Reparaturplug wird T2. Dann hätten wir hier, was ist denn das? Zerleger. Und hier drüben, was haben wir denn hier drüben? Konstruktoren, okay. Hier ist Parkplatz. Boatengleiter oder so was. Oder kleine Schiffe. Hier haben wir einen Schmelztofen. Den würde ich jetzt aber erstmal ausmachen, weil wir nicht brauchen, weil der frisst ein bisschen Strom. Hier ist ein Nahrungsmittelprozessor schnell zu kräftigen, dass man schnell mal was bauen kann. Ist okay. Das ist noch eine Schmelze. Also man kann ja auch nicht arbeiten. Das ist sehr gut. Hier hat man eine B. Hier hat man eine B. Hier geht es in den ersten Stück. Hier haben wir eine relativ, ja, ähnliches Gewächshaus, aber von der Base sage ich mal. Hier geht es erst mal. Hier ist der Shield Generator T2. Hier geht es weiter. Hier haben wir noch ein B. Landeplatz. Einen Shuttle Landeplatz. Nicht schlecht. Also bitte was unterkriegt man auch. So und dann haben wir hier oben noch eine Kommandozentrale. Irgendwie so was in der Art Schild. Hier ist noch scheinbar später, wenn noch für irgendwas Platz ist. Aber hat die denn auch Quartiere? Ich könnte mir das jetzt nicht so wichtig, aber. Wenn man ein Multiplayer spielt, dass man vielleicht einen Rückzugsort hat. Krankenstation ist da. Aber ich glaube, das ist ja schon. Gut, minimal gehalten. Geiles Bau-Design. Gucken wir uns das nochmal von außen an. Dann muss ich mal in den God Mode gehen, dass wir auch was sehen. Das ist ja komplett dunkel. Wird wieder ein Spiel. Ja. Ich mach mal die UI aus, dass man es besser sieht. Und für ein Screenshot. Licht habe ich schon lange. Das sieht schon mal genial aus mit dem Shift dahinter, wenn man kommt. Hier ist noch Röhrchen da im Platz. Ja, es ist leider dunkel. Ich versuche mal schnell noch einen Shot zu schießen hier. Es war eine optimal für die Aufnahme. Also für YouTube. Das ist aber keine. Es könnte geschützt drin sein, oder? Ja. Ja. Da steht unter Brunner irgendwo was dabei. So was das gedacht ist. Gut, lassen wir uns auch überraschen. Hier oben ist die Kommando-Zentrale. Hier sind Abwehrsysteme. Sieht schon genial aus das Teil. Kannst den weckern. Also wieder volle Mühe von dem Entwickler. Ja. Wie gesagt, geiles Design. Hier ist der Eingang. Machen wir mal den Gott wieder aus. Ja. Falls die Base. Ja. Der Link ist natürlich wie immer. Ist der Kern. In der Videobeschreibung mit drin. Und ja. Ist die Frage. Packe ich jetzt hier schon was aus? Oder. Ja. Ich würde aber sagen. Wir bleiben an den Ort. Ich lasse die Base hier. Das ist ein geiler Bauplatz. Kann man notfalls noch in der zweite Base dran flanschen. Wenn man jetzt was erweitern will. Aber. Eigentlich reicht das zu. Was ich bisher habe. Ich sage nicht. Ich will irgendwas vorstellen. Ja. Es kommt demnächst auch noch zwei Vorstellungen. Und. Mal gucken. Ob ich das jetzt. Euch noch schnell zeigen kann. Zu dem Schiff. Und der Base. Ist ja eine Serie. Und dem Shuttle. Was es dazu gibt. Gibt es noch zwei Bodenkleider. Aber. Das gucken wir uns dann mal. In den nächsten Folgen an. In den nächsten zwei Folgen an. Und dann. Müsste ich mal. Zwischendurch. Aber wieder mal. Ein bisschen. Auf Erkundungsmission gehen. Weil. Ja. Die Rohstoffe sind irgendwann mal alle. Wo ist denn der Eingang? Da gibt es noch zwei Bodenkleider. Die zeige ich euch mal. Mal anders. Du ich mal so frechlein. Und Spoilern. Aber wer das schon in den Workshop Inhalt gesehen hat. Da die Verlingung mit drin ist. Der weiß ist sicherlich schon. Aber. Um euch ein bisschen heiß zu machen. Da ist der große Bodenkleider zu dem Schiff. Und dann gibt es noch einen kleinen Bodenkleider. Und den will ich natürlich auch noch testen. Zum. Zum Farmen quasi. Ja. Und den gucken wir uns dann später an. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.